Perl TV Was können wir Schönes für Sie zu Hause vorbereiten, damit Sie natürlich auch die schönsten und besten Geschenke überhaupt machen können. Und das Ganze für nur unter 50 Euro. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit unserem allerersten Produkt. Und zwar haben wir eine beheizbare Fußbodenmatte. Ja, mit der Glocke kommt unser Weihnachtsengel, die Diana, mit den tollen Geschenken. Dankeschön. Mag das, wie du es gesagt hast, die tollsten Weihnachtsgeschenke, die wird ja jeder von uns verschenkt. Für jede Frau auf jeden Fall. Für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Kind und sogar Haustiere haben wir hier genau das Richtige, möchte ich mal sagen. Wir haben hier beheizbare Fußbodenmatten. Die legen Sie ganz einfach auf den Boden und ist dann wie so eine Heizdecke. Und da ist es dann warm für Füße oder wenn man sich mal auf dem Boden kuscheln will. Wenn Kinder auf dem Boden spielen, Haustiere lieben es natürlich auch, wenn es warm ist. Oh ja, das glaube ich sofort. Du hast auch einen Hund, ne? Ja, ich habe einen Hund und der ist immer direkt da, wo es schön warm und gemütlich ist. Und da ist natürlich so eine warme, beheizbare Fußbodenmatte super geeignet für. Also ich kann mir vorstellen, da legt sich jedes Haustier sofort hin und fühlt sich wohl. Aber natürlich auch für uns ist das super geeignet. Gerade mal, wenn man so abends beim Fernsehen sitzt und kalte Füße hat, ist das ideal. Wir haben zwei verschiedene Größen hier. Die erste Nummer, die Sie hier sehen, ist für die kleinere Größe. Die ist aber schon recht groß hier mit knapp einem halben Meter mal einem halben Meter sind die Maße davon. Und da können Sie jetzt ganz einfach diese Fußbodenmatte in die Steckdose stecken und dann wird die angenehm geheizt. Die ist aus Fließstoff, also ganz, ganz angenehmer Stoff. Und natürlich hier, weil die so zusammengerollt ist, sehr platzsparend unterzubringen, beziehungsweise sogar Transport geeignet. Sie sehen das hier auf der Rückseite, haben wir so leicht gummiertes Muster dran. Das heißt, sie kann auch nicht verrutschen, auch wenn die mal wie hier auf dem Parkettboden ist oder auf dem Fliesen oder so. Die hält richtig, richtig warm hier, sogar bis zu 60 Grad. Man kann das stufenlos einstellen. Timer ist auch noch dabei, dass man es nicht vergisst, wieder auszuschalten. Also ich finde die richtig klasse und da freut sich jeder drüber, weil mal ganz ehrlich, jeder hat früher oder später kalte Füße. Jetzt ist ja, gestern war es richtig kalt schon. Ja, nachts schon, das ist wirklich ziemlich kalt. Und ich finde diese Teppiche auch sehr gut beim, zum Beispiel im Büro, unter dem Tisch. Ja, natürlich alle, wer arbeitet im Homeoffice, das müssen wir nicht frieren, weil wenn wir frieren, wir können uns nicht konzentrieren und nicht so produktiv. Also ich finde diese Teppiche, diese Bordteppiche wirklich, das ist genial für Couch auch, zum Beispiel abends. Und wie gesagt, ich glaube, das wird Lieblingsplatz für Ihre Haustiere, für Hund oder Katze, wirklich. Und das gefällt mir. Hier haben wir Anti-Rutsch-Seite. Ja, das bedeutet, das wird sehr, sehr gut liegen. Und natürlich unsere Fernbedienung hier. Wir können das natürlich ein bisschen wärmer machen, ein bisschen kälter. Wirklich, das ist genial. Und einen super Preis haben wir heute. Ja, wir haben alles unter 50 Euro, fantastische Geschenke hier. Das ist die erste, die wir Ihnen zeigen wollten. Ganz genau. Und die bekommen Sie heute natürlich zu unserem TV-Sonderpreis für nur 34,99. Die können Sie jetzt bestellen mit der NX 8926 und die 569. Aber wir haben noch eine weitere Variante für Sie. Und die ist etwas größer. Ja, die haben wir hier mal. Genau, das ist die hier. Die ist also doppelt so groß hier. Also mehr als einen Meter breit und auch wieder einen halben Meter in der Schleife. Und das ist mal so eine richtige Liegefläche schon fast, kann man sagen. Für Kinder oder eben, wenn man mit mehreren Leuten so auf dem Sofa sitzt, ist das wirklich ideal. Auch hier natürlich wieder ganz einfach nur in die Steckdose zu stecken. Dann wählt man die Temperatur stufenlos und hat natürlich auch wieder einen Timer. Ich finde dieses Material so schön, dass es eben wirklich so richtig schön weich und sehr angenehm eben auch. Also wie so ein Kuscheltier, kann man fast schon sagen. Warm und Wärme, das ist natürlich hervorragend. Gerade jetzt im Winter frieren wir ja alle ziemlich schnell. Vor allem wir Frauen, glaube ich, Diana, wir noch mehr. Und da ist natürlich so eine beheizbare Fußbodenmatte wirklich sehr, sehr geeignet. Ob jetzt gerade im Büro mal oder eben auch im Wohnzimmer, wenn man es sich da genügend macht. Aber im Esszimmer, ne? Im Esszimmer zum Beispiel. Da sitzen ja alle um einen Tisch rum und alle haben ihre Füße so auf so einer Fläche, würde ich mal sagen. Ideal dafür, ne? Genau. Das machen auch sehr schön. Zum Beispiel Yoga. Oh ja. Das musst du auch nicht auf dem kalten Boden liegen. Oder auch als Kind. Ich habe immer geliebt, meine Lesen und alles auf dem Boden liegen. Ich weiß nicht warum. Meine Hausarbeit und Aufgaben, ich habe immer auf dem Boden gemacht. Aber hier, ihr Kind muss nicht natürlich frieren. Wirklich sehr, sehr angenehm, sehr warm. Ganz genau. Und natürlich sehr, sehr günstig heute. Ja, unglaublich günstig. Wir schauen mal auf Pearl.de, was Sie da heute sparen. Ganz genau. Und bei Pearl.de, da liegen wir bei knapp 70 Euro. Und heute bekommen Sie das bei uns für nur 49,99 Euro. Also gerade jetzt für die kalte Jahreszeit wirklich perfekt. Können Sie jetzt natürlich bestellen mit der Artikelnummer NX 8927 und die 569. Und wie Sie sehen, sparen Sie da auch heute wieder so richtig zu unserem TV-Sonderpreis. Und jetzt gehen wir auch gleich direkt über zu unserem nächsten Produkt. Ich bin jetzt mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Ja, ich bin durch das Ganze durch den Katalog gegangen und habe geguckt, was wir Ihnen hier anbieten können. Da ist mir natürlich unser Multifunktionswerkzeug auch noch aufgefallen. Das ist so klasse. Wenn Sie irgendjemanden kennen, der gerne Handarbeiten macht, der ein Bastler ist, Modellbau vielleicht, ist das das ideale Geschenk. Guck mal, da kriegst du dieses Multifunktionswerkzeug, was Diana da in der Hand hält. Das muss man sich so vorstellen wie eine ganz, ganz kleine Bohrmaschine. Mit der kannst du jetzt alles Mögliche machen. Du kannst damit bohren, natürlich, klar. Du kannst aber auch damit fräsen, du kannst polieren, du kannst schleifen, all diese Sachen. Und das eben, wenn man so Feinarbeiten machen muss. Dieses Multifunktionswerkzeug selber ist unglaublich populär, natürlich auch zum Gravieren. Und Diana hat da so einen Gravurstift drauf. Damit kann man dann mal so individuell was machen. Man kann Gläser, Metall, Holz, alles ganz, ganz toll damit gravieren. Und dann mal so ein Geschenk vielleicht auch noch mal personalisieren. Also ob man da jetzt so ein, was weiß ich, ein Feuerzeug zum Beispiel bekommt, ein Metallfeuerzeug oder eins, wo sogar der Name drinsteht. Das kann man selber machen. Oh ja, ich finde, das ist auch immer ganz, ganz schön. Da freut man sich wirklich sehr, wenn man eben personalisierte Geschenke auch bekommt. Und das ist hiermit natürlich möglich, so wie du es gesagt hast, gerade bei einem Feuerzeug. Und es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, wo man das zum Beispiel auch Bilder, im Bilderrahmen kann man ja auch die Namen noch mit eingravieren. Oder zum Beispiel einfach draufschreiben, frohe Weihnachten, das ist das Geschenk von, für. Und da freut man sich ja noch mal so richtig. Und vor allem, ich finde gerade die Geschenke, die man auch selber macht. Und wenn man das dann selbst personalisiert, dann ist es noch mal persönlicher. Und macht natürlich auch viel mehr Spaß zum Verschenken. Ja, hier haben wir jetzt das Set von diesem Multifunktionswerkzeug. Das kommt schon mal mit dem ganzen Zubehör. Sie sehen, da ist alles Mögliche dabei. Aber hier bei uns haben wir es als Set noch zusammen mit einem extra 340-teiligen Zubehörkoffer. Da ist jetzt wirklich an alles gedacht. Da haben wir Schleifaufsätze dabei. Wir haben Polieraufsätze dabei. Sogar hier mit Polierfett noch dabei. Es ist wirklich hier auch zum Schleifen in allen möglichen Größen alles Mögliche dabei. Sehr, sehr schön untergebracht in einem Koffer. Aber es ist unglaublich der Funktionsvielfalt, den wir hier bekommen. Das ist das 304-teilige Set, was Sie noch mit dazu bekommen hier. Beides zusammen. Also den Stift, den Diana innerhalb hält, plus dieses Köfferchen mit all diesen Teilen hier. Diese ganzen Gravier- und Bohraufsätze. Hier sehen wir die ganzen Schleifaufsätze. Es ist also wirklich unglaublich, was hier alles ist. Und damit kann man dann eben wirklich mal kreativ werden. Wenn Sie, nochmal, wenn Sie einen Bastler bei sich im Bekanntenkreis haben, ist das das ideale Geschenk. Für sich selber natürlich auch, um Geschenke zu individualisieren, wie du es gesagt hast. Tracy, es macht natürlich auch mehr Spaß, dann was Personifiziertes da noch zu bekommen. Genau. Der Stift selber ist übrigens kabellos natürlich mit Akku. Und du hast schon ein paar Sachen graviert, Diana. Das ist wie ein Stift, ne? Das ist wirklich sehr bequem, liegt dieses Gerät in der Hand natürlich. Ich erinnere mich, dass wir eine Premiere von diesem Produkt hatten. Und in dieser Sendung, ich habe schon Feuerzeug graviert. Und das war so einfach. Also wirklich, das ist für jeder. Sie müssen das nur probieren. Und heute, das würden Sie noch gerne machen, weil wir haben diesen so einen sehr, sehr schönen Preis. Ganz genau. Der Preis liegt hier nur bei 41,79. Und damit hat man wirklich ein super Geschenk. Vor allem gerade für alle, die sehr kreativ unterwegs sind, ist das hier optimal. Und das können Sie jetzt ganz einfach bestellen mit der ZX 12,93 und die 5,69. Ja, ich finde, damit kann man wirklich seine Kreativität einfach freien Lauf lassen. Und vor allem, wir haben das, glaube ich, mal in der Show gemacht, das kurz einzugravieren. Das ging wirklich schnell und man hat auch Spaß gemacht. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber wir haben schon das nächste Produkt unter 50 Euro. Und auch das ist wieder ein echter Hammer. Es geht um Handys. Und zwar geht es hier um ein Notruf-Klapp-Handy. Ich zeige Ihnen das mal. Das kommt hier in dieser Ladeschale. Das heißt, Sie brauchen, wenn Sie das Handy benutzen, hier nicht irgendein Kabel irgendwo reinzuprökeln. Das Handy selber, sehr, sehr klar und übersichtlich, also für Senioren, bestens geeignet hier. SIM-Karten frei. Also Sie können da jede SIM-Karte reinstecken. Auch die vom Supermarkt, die ganz billigen. Das funktioniert. Dann können Sie hier, wenn Sie es aufklappen, natürlich wählen. Das erwarten wir. Richtig große Zahlen haben wir hier drauf. Also große Tasten. Es ist wirklich jetzt speziell auch für Senioren, fantastisch geeignet. Wenn man eine Zahl wählt, zum Beispiel die 1. Und ich halte das mal eben an meinem Mikrofon ein bisschen. Dann kann man hier. Eins, zwei, zwei. Hören Sie das? Der liest die Zahlen nochmal vor, die man gewählt hat. Natürlich können wir hier jede Menge Kontakte einspeichern. Und ein Telefonbuch hat er auch. Die Kontakte sogar mit Foto. Was hier noch der Clou ist und besonders eben wichtig macht für Senioren oder für Kinder ist, dieser kleine rote Knopf auf der Rückseite. Das nennt sich Garantruf. Der ist hier ein bisschen reingelassen. Den kann man also nicht aus Versehen drücken. Und wenn ich den jetzt drücke, werden nacheinander fünf Nummern angerufen. Und es schaltet sofort auf Lauthören. Das bedeutet also auf Freisprechen. Das bedeutet, wenn man irgendwie in Gefahr ist oder gefallen ist oder Hilfe braucht, kann man wirklich ganz einfach diesen Knopf drücken. Dann werden diese fünf nacheinander programmierten Nummern angerufen. Und als letztes dann sogar noch der Notruf, die 112. Unglaublich wichtig, praktisch und vor allem einfach zu bedienen. Gerade Senioren, wenn die mal stürzen oder so, dann ist es unglaublich schwierig für die, um Hilfe zu rufen. Hier brauchen sie wirklich nur diesen roten Knopf zu drücken und sonst gar nichts. Das geht, sie wählt dann diese fünf Nummern und schaltet auf Freisprechen automatisch. Eine ganz, ganz tolle Sache, vor allem zu dem Preis. Es gibt diese Services, das kennen Sie vielleicht für Senioren, dass da so ein Armband mit dem roten Knopf von Hilfsorganisationen Ihnen kann man sich zulegen. Die kosten dann 30, 40, 50, 60 Euro im Monat. Damit wird auch Hilfe gerufen, aber natürlich nur in dem Bereich, wo Sie eben Festnetz haben. Hiermit kann man eben auch draußen unterwegs sein und man hat keine monatlichen Gebühren, aber genau die gleichen Funktionen. Tun Sie Ihren Senioren einen Gefallen und schenken Sie denen mal ein Handy. Es ist wirklich sehr einfach zu bedienen. Es ist kein Smartphone, also wirklich kein Schnickschnack dran. Einfach ein ganz normales Telefon, mit dem man dann eben hier auf der Rückseite auch noch Hilfe rufen kann. Finde ich ganz, ganz praktisch. Finde ich auch unglaublich praktisch, Ingo. Ich habe eine alte Bekannte, sie hatte noch nie ein Handy, weil sie einfach sagt, das ist ihr zu kompliziert. Gerade auf dem Smartphone und dann mit diesen ganzen Einstellungen und hier mit den ganzen Apps. Und ich kann das gut nachvollziehen, wenn man wirklich noch nie ein Handy hatte oder einfach Angst davor hat, vielleicht wenn es ein bisschen komplizierter wird. Und hier ist das einfach alles super einfach klappbar. Einfach schnell aufklappen. Die Nummer, man kann schnell eine Nummer wählen. Das ist natürlich wirklich super unkompliziert. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel nicht so gut hört. Diana hat es gerade vorher noch mal gezeigt. Man hört dann wirklich jede einzelne Ziffer, die man eingibt. Also wirklich toll. Zwei, drei, fünf. Ganz genau. Das ist toll, ne? Also sehr praktisch. Und auch das bekommen Sie heute wieder zu unserem TV-Sonderpreis. Also ein super Geschenk, gerade für Senioren. Da kann man immer auf Nummer sicher gehen. Und die Artikelnummer hierfür ist die ZX2971 und die 569. Die PX. Die PX, genau. Die PX2971. Also ein ganz, ganz tolles. Vielleicht auch für Kinder, die in Händen. Ich meine, Kinder müssen auch erreichbar sein heutzutage. Und Sie brauchen dann wirklich eben kein Smartphone mit Internet und was weiß ich alles. Das ist alles viel zu unübersichtlich. Eine riesengroße Lernkurve. Das ist ein ganz, ganz tolles Handy. Kann ich wirklich jedem Senior nur wärmstens empfehlen. Weil das so einfach zu bedienen ist. Ist sogar Hörgeräte kompatibel. Das heißt, es gibt kein Pfeifen, wenn Sie das bei sich ans Ohr halten. Und damit kann man dann eben schnell Hilfe holen. Das ist das Tolle dran. Und wir machen mal weiter. Und wir machen mal weiter. Ja, hier haben wir was, was auch jeder brauchen kann. Oh ja. Es geht um eine Powerbank. Powerbanks kennen wir alle. Die geben uns extra Strom für unsere mobilen Geräte. Die geben uns eine Stromquelle für unsere LED-Streifen. Für manche Computer sogar. Das kann diese Powerbank alles. Die hat Power Delivery über USB-C. Also eine ganz moderne Powerbank. Das coole hier ist halt die Bauform. Wir sagen hier, die ist im Kreditkarten-Format. Und wenn Sie die mal von der Seite angucken, können Sie sehen, dass die wirklich ultra klein ist. Aber trotzdem jede Menge Power hat. Wir haben hier tatsächlich bis zu 100 Stunden extra Power für Ihre Geräte, wenn Sie die anschließen. Sie haben das eben gesehen bei Diana, sogar eine Prozentzahl, wie viel Strom noch drin ist. Das finde ich super praktisch. Da sind nicht diese drei, vier LEDs, wo ich keine Ahnung habe. Ist das jetzt halb oder dreiviertel voll? Hier kann man genau sehen, wie viel Prozent da noch drin sind. Wie gesagt, alles super praktisch, alles auch noch mit Quick Charge. Ich finde das beeindruckend, dass diese Powerbank eben so klein ist, so viel Strom hat und eben für die modernsten Geräte geeignet ist. Alte Powerbanks, da ist zu wenig Strom drin. Also die Strommenge ist vielleicht da, aber die Kraft, die rauskommt, reicht eben nicht für ein iPhone, für ein Samsung, für die neuen, modernen Handys oder sogar Tablets. Hiermit hat man wirklich alles zusammen. Und so eine Powerbank kann wirklich jeder brauchen. Man kann auch nicht genug Powerbanks haben. Ich habe, glaube ich, auch drei oder vier Stück im Auto, zu Hause, in meiner Handtasche. Aber ehrlich zu sein, meine zum Beispiel, ich habe auch für 5.000, aber das ist wirklich schon ziemlich groß und schwer. Hier, wir haben so viel Kraft. 20.000, ja. Und das ist wirklich so händlich und so klein, kompakt, mobil. Jetzt, glaube ich, wir brauchen unser Handy überall. Zum Beispiel, wenn du hast elektronisches Ticket im Zug oder zum Beispiel auch ein Flugzeug. Wenn du hast keine Batterie an deinem Handy, dann kannst du wirklich nicht fahren, nicht fliegen. Das ist sehr wichtig, zurzeit ein Powerbanks immer mitnehmen. Und das ist wirklich sehr, sehr gute Geschenkidee. Also wirklich nutzen Sie die Möglichkeit, weil heute, wir haben unsere Powerbanks wirklich sehr, sehr günstig. Ganz genau, da liegen wir heute nur bei 36 Euro für so eine Powerbank, die man einfach immer gebrauchen kann. Wir machen ja heutzutage wirklich alles auf dem Handy. Und ich glaube, jeder freut sich dann darüber, wenn man eine Powerbank geschenkt bekommt. Wie schon gesagt, man kann nie genug davon haben. Einfach auf Nummer sicher gehen, eine Powerbank in die Handtasche und immer mit dabei haben. Ganz, ganz wichtig. Und die Artikelnummer hierfür nenne ich Ihnen natürlich auch, das ist die ZX 3472 und die 569. Also Ingo, du kennst das ja bestimmt auch, man ist unterwegs und plötzlich ist das Handy leer. Was macht man? Dann ist die Powerbank die perfekte Lösung dafür. Ja, vor allem so klein, weißt du, die kannst du mal eben in die Jackentasche, in die Handtasche stecken. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Wir haben ganz tolle Beschenke für unter 50 Euro. Das ist das Thema unserer Sendung, falls Sie ein bisschen später eingeschaltet haben. Dankeschön. Und hier haben wir jetzt ein absolutes Trendprodukt. Sie haben vielleicht schon mal von Fitnessuhren, Fitnessarmbändern gehört. Die kosten normalerweise mehrere hundert Euro. Wir haben hier ein Fitnessarmband, was von der Funktion her, erkläre ich Ihnen gleich alles, so umfangreich ist. Und das für unter 50 Euro. Wow. Fitnessarmband, das sieht also wirklich aus wie ein Armband, nicht wie so eine fette Uhr. Das ist schon mal ein großer Vorteil, hat aber trotzdem ein großes, sehr gut lesbares Display und ist kinderleicht zu bedienen. Was kann man damit alles sehen? Ich muss das direkt ablesen, weil das so funktionsreich ist. Wir können ein EKG ablesen, die Herzfrequenz, den Blutdruck, den Blutsauerstoff, die Körpertemperatur, die Schritte, die Distanz, die wir gegangen sind. Sie hat Kalorien, sogar in drei verschiedenen Sportarten, Schlafüberwachung und eine Bewegungserinnerung ist auch noch drin. Natürlich ist die wasserdicht, das heißt, das brauchen Sie nie abzunehmen und sieht sehr, sehr kleidsam aus, Diana. Das sieht sehr schick aus, wie du die am Arm hast. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist auch ein Unisex-Modell, das ist auch für Frauen und für Herren. Und ich glaube, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus, sehr, sehr bequem zu tragen. Diesen Armband gefällt mir, natürlich unser Display auch mit Farben, das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich, Preis gefällt mir, weil eine Logik und so, wir können auch von, ich weiß nicht, paar hunderte Euro kosten. Hier, wir haben unseren Preis, das ist gar keine 50 Euro, also wirklich für Schritte zahlen, ja, ich glaube, jetzt, wir müssen ein bisschen im Winter immer beachten, wie viel bewegen wir uns, ja, weil wir essen jetzt, das ist gemütlich zu Hause, aber natürlich manchmal brauchen wir auch frische Luft und ein bisschen uns bewegen. Also wirklich super für Leute, die Sport machen auch, sehr schön. Und auch für die Leute, die keinen Sport machen, finde ich, ist es eine richtig gute Motivation, wenn man wirklich auch mal sieht, wie viele Schritte laufe ich denn wirklich jeden Tag. Und dann ist natürlich, wenn man sieht, ich bin jetzt nur 2000 Schritte gelaufen, dann sagt man, komm, ich laufe jetzt noch eine Runde um den Block und das motiviert ja einen auch. Ich finde, wenn man jeden Tag so eine kleine Motivation hat und eine kleine Steigerung, dann motiviert das ja auch einen, noch mehr Sport zu machen. Und an sich, die Uhr ist so schön, Diana, die steht ja auch so gut, gerade in schwarz. Ich finde, schwarz ist immer eine sehr elegante Farbe für Ohren und vor allem, die ist auch sehr leicht, das heißt, sie ist sehr gemütlich zu tragen, oder? Ja, die ist übrigens auch natürlich mit ihrem Handy verbunden, das ist eine Smart Fitness Watch, das heißt, sie können Langzeitauswertung machen. Sie haben da vorhin einen kleinen Screenshot gesehen, wie das aussieht in der App. Da können sie dann eben sehen, Mensch, gestern und vorgestern, letzten Monat habe ich mich so viel bewegt, so war meine Temperatur. Das wird alles hier ans Handy übertragen und sie können sogar bestimmte Funktionen von ihrem Handy auf der Uhr erledigen. Zum Beispiel, wenn man eine Nachricht bekommt, es gibt nichts, was ich mehr hasse, wenn man irgendwo sitzt, sich nett unterhaltet, plötzlich macht es einen Brück und die Leute, oh Moment, ich muss mal eben auf mein Handy gucken, holen das raus. Das unterbricht immer die Konversation oder was man gerade macht. Hier kann man ganz kurz auf seinen Armband gucken und dann, ach ja, ist nicht so wichtig, brauche ich nicht mal zurückzuschreiben. Und das geht für alle Nachrichten, ob das SMS ist oder WhatsApp oder Facebook oder Instagram, kann man hier alles auf dem Handy sehen, sogenannte Push-Nachrichten. Ein wirklich fantastisches Hightech-Produkt, was eben bei uns hier unter 50 Euro kostet. Kann ich jedem wärmstens nur empfehlen. Ich wüsste auch niemanden, der sich nicht über sowas freuen würde. Nee, da würde sich wirklich jeder darüber freuen und vor allem, man könnte auch meinen, dass das mehrere oder über 100 Euro sowas kosten würde. Denn normalerweise sind ja Fitnessanwände so teuer. Aber die bekommen Sie heute natürlich auch wieder zu unserem TV-Sonderpreis. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall jetzt zu bestellen mit der Bestellnummer ZX5436 und die 569. Damit können Sie auf jeden Fall Ihrer Freundin, Ihrem Partner ein super Geschenk machen und dann natürlich auch einfach mal zum Sport ein bisschen motivieren, ein bisschen mehr Bewegung. Du hast ja gesagt, da ist auch der Schlafrhythmus mit dabei. Schlafen ist ja auch super wichtig. Der Schlafrhythmus und was ich auch toll finde, ist diese Bewegungserinnerung. Weil man sitzt gerade im Winter, sitzt man gerne, bewegt sich überhaupt gar nicht. Und dann wundert man sich, warum es einem körperlich dann eben, warum man sich nicht mehr so gut bewegen kann. Hier ist eine Bewegungserinnerung drin. Das heißt, wir können hier tatsächlich eben auch sagen, wenn ich mich nicht bewege, dann tritt mir mal in den Hintern, damit ich nochmal um den Block gehe oder so. Also wirklich ein fantastisches Produkt für wirklich unter 50 Euro. Das ist unglaublich faszinierend. Und wir rufen schon wieder Diana für den nächsten Produkt. Ja, eine unserer Top-Seller diese Weihnachtssaison. Wir haben das neu bekommen, so vor einem Monat. Und zwar sind das sprechende Uhren. Einmal vergoldet und einmal versilbert. Wir fangen mit versilbert an. Die hast du da, Tracy, gerade. Und ich sehe gerade, du hast ja auch relativ viel Silber an im Moment gerade. Das stimmt, ja. Passt natürlich super, ne? Die sieht einfach klasse aus, diese Uhr. Muss man ganz einfach sagen. Es ist echt versilbert. Das heißt, wir haben hier tatsächlich dann eben auch, da blättert nichts ab. Da wird nichts matt. Das ist echt versilbert und sieht super schick aus hier. Ja, wirklich sehr schön. Schon allein die Verpackung sehr edel und sehr elegant. Und Sie sehen es gerade schon. Wir haben jetzt mal die Uhr einfach rausgeholt. Da sieht man schon, wie elegant die einfach ist. Also gerade so im Silber. Das ist wie so ein Armband, was man hier eben trägt. Ja, nur mit Uhr noch mit dabei. Und Silber ist natürlich immer sehr, sehr elegant und vor allem auch sehr schön. Ich finde, das ist mal was ganz Besonderes, diese Uhr. Wir haben die in Silber und in Gold. Gold kommt gleich noch. Aber die hatten noch ein kleines Geheimnis. Du hast das gestern, haben wir es dir das erste Mal gezeigt, glaube ich. Oh ja, das ist das Coole daran, wenn man hier auf den Knopf drückt. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Ich drücke noch mal drauf. Und zwar sagt mir die Uhr das Datum und die Uhrzeit. Also das ist wirklich richtig cool. Und ich finde diese Uhr einfach wunderschön. Also ich muss sagen, sehr, sehr schön. Das ist ja eine Seniorenuhr, aber ich glaube auch, also ich würde mich jetzt auch über so eine Uhr freuen, weil ich finde die einfach so schön. Ja, es heißt Seniorenuhr ist aber natürlich eine super schicke Uhr für groß und klein. Ganz genau, wirklich für jeden. Ja, ist es doch. Aufgrund dieser Technik, dass man einen Knopf drückt und der liest einem dann die Uhrzeit und das Datum vor. Aber das kann jeder brauchen. Auch nachts so, wenn du mal so, ich will wissen, wie spät es ist, brauchst du nicht mal die Augen aufzumachen, drückst du nur auf deine Uhr. Ganz genau, das ist eine tolle daran. Zwei Uhr, aha, ich kann noch vier Stunden schlafen. Also es ist einfach eine ganz tolle Uhr. Und weil die eben echt versilbert ist, behält die ihren Glanz und alles. Ist übrigens eine Funkuhr, das heißt, die stellt sich immer exakt auf die richtige Uhrzeit, ganz automatisch. Da brauchen Sie gar nichts zu machen. Wir hatten vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen, hatten wir die Zeitumstellung auf normale Zeit von Sommerzeit. Wie viele Uhren musstest du umstellen bei dir zu Hause? Also Diana, hast du eine vergessen? Viel schlimmer. Aber diese Uhr, ich finde es wirklich so schön. Und ich habe schon diese goldene Variante. Und ich glaube, Sie können natürlich beide kaufen, weil manchmal wir tragen Silber, manchmal wir tragen Gold. Und Sie können natürlich die passende Uhr dann tragen. Und am besten mir gefällt dieses Armband, das wirklich glitzert so schön. Und natürlich, mir gefällt das, du musst nicht diese kleine Schuss anmachen, zu machen. Hier geht alles so mit diesem Gummibarmband. Sehr, sehr einfach zu tragen. Wirklich sieht sehr, sehr schön aus. Auf jeden Fall, ich würde beide Ihnen empfehlen. Und natürlich gefällt mir der Preis. Ich glaube, für diesen Preis, sie muss natürlich schnell sein, weil diese Uhr normalerweise kostet viel, viel mehr. Und ich glaube, diese Uhr passen auch zu jedem Outfit. Das kann auch Kleid sein, das kann auch Gin sein, vielleicht Sportsachen auch. Wirklich sehr, sehr schön. Und natürlich, das spricht auch sehr deutlich. Ist Wahnsinn, ne? Ich finde das so cool. Du kannst auch Alarm hier, der Wecker hier einschneiden. Du kannst auch, es hat noch einen Wecker drin. Das ist übrigens kratzfestes Glas. Das heißt, die bleibt auch lange genauso schön, wie Sie sie jetzt hier im Fernsehen sehen. Der Glanz ist einfach unglaublich. Hier, Diana hat die Goldene. Es ist Unisex, das heißt, es können sowohl Herren als auch Damen tragen, sage ich mal. Und wie gesagt, durch dieses Armband ist es sehr, sehr einfach anzumachen und wieder abzumachen. Der Trend geht ja, also ich meine nicht der Trend, aber die meisten Leute haben ja auch mehrere Uhren. Sei es jetzt zum Outfit oder nach der Stimmung. Da kann man sich hier eben, also auch wenn jemand schon eine Uhr hat, macht man mit Sicherheit den Leuten auch nochmal eine Freude. Ich habe jetzt hier mal die Silberne angesetzt. Oh, das passt ja sehr gut. Dass Sie mal sehen, dass man das also auch als Herr gut tragen kann. Die sieht sehr, sehr schick aus. Sehr schick. Großen Körper hat sie. Sieht richtig nach was aus, die Uhr. Und man kann auch sehr einfach das Ziffernblatt lesen. Also eine ganz fantastische Uhr, auch wieder für jedermann. Ihr habt absolut recht, wahrscheinlich sollte man beide kaufen. Wie viele Uhren hast du, Diana? Oh, ich glaube, bis fünf oder sechs Stück. Und du, Tracy? Ich habe auch einige. Ich finde, Uhren kann man halt nie genug haben. Und so wie Diana das auch gesagt hat, je nachdem, was man eben anzieht, dann passt halt mal eine Silberne besser oder dann doch eben die Goldene. Das kann immer nach dem Outfit eben variieren. Und ich finde, zu so einem günstigen Preis so eine schöne Uhr, das lohnt sich so richtig, vor allem als Geschenkidee. Das ist halt dann wirklich so ein Mega-Geschenk, wo man sich total darüber freuen wird. Ja, und gerade so als Herrin, sage ich mal, hat man nicht so viele Möglichkeiten mit Schmuck, mit Ketten, mit sonst irgendwas. Da macht so eine Uhr natürlich besonders was her. Und Diana, du guckst auch, was für Uhren Männer tragen, ne? Ja, natürlich, ich glaube, du guckst immer die Schuhe und Uhr, ne? Das ist immer so. Und wie schneide ich ab jetzt mit der Uhr? Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das steht dir. Und steht mir auch, muss ich sagen, das gefällt mir auch, diese goldene Variante. Also wirklich sehr, sehr schön. Und dass Sie sprechen, diese Uhr, das ist natürlich Highlight. Ganz genau. Und da schauen wir jetzt mal auf den Preis. Da liegen wir bei der silbernen Uhr bei ungefähr 47 Euro. Und die Artikelnummer hierfür ist die ZX 74, 43 und die 569. Oder eben auch die andere Variante in Gold, was natürlich auch super, super schön ist. Da nenne ich Ihnen die Artikelnummer natürlich auch noch. Das ist die ZX 74, 44 und die 569 für knapp 53 Euro. Ein super Geschenk. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Unsere Geschenkideen für Sie heute für Weihnachten. Es steht bald an. Bestellen Sie jetzt und bleiben Sie weiterhin dran. Viel Spaß.